Was ist das aus Gondom oder was? Was ist das aus Gondom oder was? Was ist das aus Gondom oder was? Wie Gondom? Ja, diese weiße. Hast du dir mal die Details hier an der Wand angeschaut? Was ist das? Matva schaue ich es mir schon an, aber den sehe ich jetzt nicht so auf... Was soll das denn bedeuten? Das ist halt Figuren. Du musst auch mit in die Tiefe gehen und ausfinden, was das ist, so weißt du es mal? Matva sind auch einfach so fiktive Figuren. Ja, aber das ist ja noch eine tiefe schrittliche Bedeutung. Oh, okay, das ist schon schneller. Oder? Ja? Ja. Ja, das ist schon schneller. Aber alles händelbar. Alles händelbar, ne? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Okay, das ist auch noch händelbar. Oh, oh! Okay, okay. Okay. So, jetzt hätte ich gern Überdrehzahltest. Da fliegst du dann. So, jetzt. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und das ist schon alles gut. Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Für uns fahren wir nochmal! Ja! Ja! Das geht Action Demo los! Doch, jetzt dreht sie sich nicht ein. Doch, doch jetzt dreht sie sich ein. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich muss nämlich hier das Ding jetzt rausfallen. Das war meine Ohrenstecker wahnsinnig. Oh!